HALLI HALLO HALLÖCHEN und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Death is not an Escape. Freunde der Nacht. Ich möchte töten gehen. Im Spiel. Im Spiel. Nicht dass das SEK gleich vor meiner Tür steht. Only in the game. Be a killer. Create a lobby. Wir können eigentlich echt mal die Blutpunkte ausgeben. Vielleicht kommt da ja was schönes neues rein. Also ich bin auf jeden Fall ready. Ich bin auf jeden Fall ready. Ich bin auf jeden Fall ready. Glück der Survivor, okay, okay. Come on! I want to play. Come people, sholololo. Halli, hallo, ich möchte euch töten. War hier nicht gerade jemand? Ich höre irgendwie nix. 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 Dann hänge ich auch da oben auf. Okay, falsche Taste gedrückt ist natürlich wieder eben. So, der erste hängt. So, dich habe ich da hinten auch laufen sehen. Ich höre irgendwie nix. Ich höre irgendwie nix. Ich höre irgendwie nix. Ich höre irgendwie nix. Hallo? So, und der nächste. Erstmal gucken, wo hier ein Haken ist. Relativ weit weg. Das ist natürlich nicht so schön. Schade, sehr knapp. Wo bist du hin? Wieder zurück? Hallo? Und... Ja? Ja? Oh, super, super. Hallo? Ich habe nur, glaube ich, keinen Hakenhund in mir, genau. Ja Hallo So Es nervt schon hart, dass sie dann und immer wieder in diese Ecken rein innen Und wieder da hinten in die Ecke. Ich kann dich da auch liegen lassen, ist nicht das Problem. So, ich lasse dich da jetzt einfach liegen. Dich habe ich da gerade gesehen, du läufst da vorne noch. Hallo. 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 Ich weiß ja. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich muss heute vor allem noch zwei Folgen aufnehmen und das Spiel funktioniert jetzt schon wunderbar. Es ist echt ein Traum. Hallo. Hallo. Ich habe echt schon überlegt, ob ich DVD nicht austausche gegen Steep. Zumindest für eine Zeit, weil mir das mit den Bugs halt echt krass auf die Nerven geht. Ich brauche für eine Aufnahme von DVD immer eine Stunde. Für andere Aufnahmen brauche ich exakt die Zeit, die man auch verwendet. Und da habe ich dann keine Fehler und nervt mich schon hart. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier für heute, weil es ist total sinnlos. Bedankt euch bei Behavior Interactive, die einfach wirklich lieber neuen Content für Geld raushauen anstatt die Bugs zu entfernen. Was ich echt schade finde, denn das Spiel hat so viel Potential, es macht so viel Spaß. Aber es nervt mich wirklich hart mit den ganzen Bugs. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Thimblejack. Bye bye little baddies. Oh, ich habe hier so einen Sonnenstreifen im Gesicht. Schön.